493 Lößau ist ein Stadtteil von Schleitz im Saale-Ollak-Kreis in Thüringen. Geografie und Geologie Der Ort liegt östlich der Stadt Schleitz an der Bundesstraße 94 nach Zäulenroder über Weckersdorf im thüringischen Teil des Vogtlandes. Die Talsperre Lößau prägt das Gelände. Das Wasser dient der Fernwasserversorgung. Der Überlauf fließt über die Wiesenthal in die Saale. Geologisch befindet sich die Gemarkung des Ortes im Südost-Thüringer Schiefergebirge. Diese Böden sind durch den hohen Feinerdanteil und den hohen Humusgehalt sehr ertragreich und sicher. Geschichte Am 26. November 1335 war für Lößau die urkundliche Ersterwähnung. Der Name ist slawischen Ursprungs. Seit 1862 ist Lößau Schulstandort. Am 14. Dezember 1993 beschloss die Stadt Schleitz die Eingemeindung. Wirtschaft Das Land und Forstwirtschaftliche Umland und die Talsperre prägen die Wirtschaft im Ort. Verkehr Der Haltepunkt Lößau liegt an der Bahnstrecke Schönberg-Schleitz. Die Strecke ist von der DB Netz AG an die Deutsche Regionaleisenbahn verpachtet. Es findet kein regelmäßiger Personenverkehr mehr statt. Gelegentlich finden Sonderfahrten statt. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017